Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Car Mechanic. Ich bin ja immer noch hier an dem Royale Crown dran, den ich eigentlich echt nice finde. Und ich bin ja immer noch beim Demontieren. Ist halt anspruchsvolles Auto, viel drin. Nein, also es geht ja, hier ist relativ easy going. Ich habe ja letzte Folge im Auktionshaus ein bisschen geshoppt. Und da, ich glaube, dreimal, viermal zugeschlagen? Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube dreimal hat der Kowalski endlich mal was da gehabt, der alte Pole. Ähnlich mal auch was Legales, ne? So, der Axtchenkel hier, der kann doch nicht raus, weil der hier noch dran geklöppelt ist. So, weg damit. Zack, zack. Ach ja, da ist die Spurstange noch dran. Die wird immer so schön verdeckt, wenn man das von hier vorne macht. So, den raus, den raus, das Ding raus. Axträger kann doch nicht raus. Warum nicht? Irgendwo ist hier noch eine Lagerbuchse drin. Wusste ich's doch. Ach, und hier ist noch eine. Tchaka, tchaka, direkt gefunden. So, dann kann jetzt aber endlich das Getriebe raus. So, das haben wir doch. Das Drucklager. Das kaufe ich nachher wieder schön zusammen. Dann kann ich direkt gucken, was er geschafft hat zu reparieren und was nicht. Ne, da sind ja direkt die drei Sachen zusammen dann immer. So, die Kurbelwelle kann ich erst rausnehmen, wenn ich von oben die Pleuel rausgenommen hab und die Lagerschalen gelöst hab. So, komm. Also die Lagerschalen hab ich ja schon. Das kann ich natürlich auch noch schnell ausbauen hier. So, der Lee, das ist schon mal gut. Zack. Zack. Ma. Zack. Okay, dann wieder hoch die Gurke. Dann die Kurbelwelle raus. In der Zeit kann ich auch schon mal ein bisschen hier. Oh, na. Okay, bisher war noch ganz okay. So, ich will's aber jetzt nicht verschreien, ne? So, Kurbelwelle raus. Auto wieder runter. Dabei die Zeit sinnvoll nutzen. Okay, den Motor mach ich gleich, glaub ich, als allerletztes. Oh, da waren wir wieder ein bisschen was kaputt, so, ne? So. Ah, guck mal, die eine Klammer, die hat er wieder schön abgeleckt, damit sie wieder schön am Schimmern war. Okay. Bam, 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 bam. Er repariert hier volle Lutsche im Akkord, ey. Und vor allem, diese 93% oder 90% plus Sachen zu reparieren. Das ist immer so ärgerlich, wenn dann dabei noch so Sachen kaputt gehen, wie jetzt gerade, ey. So, Motorblock raus. Auch den... Boah, fuck. Mann, war so klar jetzt, ne? Motorblock R4. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der kostet. 1600. Mann, Mann, Mann. So eine Scheiße, ey. Äh, Batterie. So. Dann kann ich, äh, Zünddinger kaufen. Vier. Und Spulen auch. Eins, zwei, drei, vier. Kau, wie einfach mal. Wird sowieso gebraucht. Äh, den Kraftstofffilter kann ich auch direkt neu holen, wenn ich hier gerade so im Motorraum schön am Shoppen bin, ne? So, Batterie rein. Das rein. Bremskraftverstärker macht er immer wieder ganz. Oh nein. Die bauen wir natürlich wieder aus. Die ist kaputt gegangen. Die schöne ABS-Pumpe. So eine Scheiße, ey. 950. Das war schon mal wieder teuer, ey. Aber zumindest ist das Modul noch in Ordnung. So, mit den kleinen Schräubchen festgeballert hier. Und dann kann ich ja eigentlich hier schon wieder anfangen, alles zusammenzusetzen, wa? So, Luftfilterkastenunterteil hat er diesmal ganz gelassen. Das auch. Die klammern, glaube ich, auch alle. So. Ma. Habe ich zu früh geklickt hier? Okay, haben wir das doch schon mal darin? Hier ist kein... Ach so, den Lüfter habe ich... Ach, den Loll, den hatte ich gar nicht ausgebaut. Mann, 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 Mann. Also, oh. Den hat er jetzt kaputt gemacht, den Kühler. Also, heute scheint irgendwie nicht so ganz sein Tag zu sein. Ähm. Muss man halt mal gucken, ne? So. Kaufen wir halt einen neuen, ob er da nicht mal eine Abmahnung kriegt, ne? Wenn er hier alles kaputt macht. So. Kühlerlüfter ist alles neu drin. Dann lasse ich die Gurke doch jetzt mal hoch. Oder kann ich die Kolben schon reinpacken? Ne. Kann ich nur von unten erst die Kurbelwelle machen. Ist schon schade, ne? Weil ich könnte ja auch von unten das so zusammenfummeln, wenn das passt. Eigentlich. Prinzipiell, so. So, da machen wir schon mal dran. Die Kurbelwellenlagerdeckel. Guck mal, da hat er sogar... Cool. Sogar zwei Stück von repariert von drei. Ne? Da brauche ich gar nicht neue holen. So. Geil, ey. Äh. Lager. Kurbelwellenlagerdeckel. Da haben wir ihn. Machen wir schnell drauf. Ne? Das schöne U aus Metall. Flammrohr Turbo muss ich kaufen. Äh. Flammrohr Turbo. Packen wir mal drauf. Und dann kann ich ja eigentlich... Oh. Guck mal. Den Axträger habe ich auch kaputt gemacht. Vorderer Axträger. Boah. Mag ich ja nicht so, ne? Wenn der den kaputt macht. So was Großes. So ein großes Teil, ne? Wird teuer und so. Und Federn habe ich auch noch keine gekauft. Fällt mir gerade mal ein. Ähm. Federn. Habe ich schon... Überhaupt auch schon Domlager gekauft? Ich glaube fast nicht, ne? So. Aber fangen wir doch mal an, direkt hier aufzubauen. Geht ja rucki zucki. Mal eben hier so eine Bremsanlage gemacht, ne? Den Stabilisator habe ich schon. Die Zahnstange ist scheiße. Warum habe ich die überhaupt eingebaut jetzt? Ich Idiot. Ähm. Die muss neu. Zahnstange. Auch die ist scheiße teuer. Äh. Okay. Machen wir mal das hier dran. Den Abgaskatalysator hatte ich schon gekauft. Den Stoßdämpfer hatte ich auch schon gekauft. So. Und die Domlager hatte ich auch schon gekauft. Gut, dass ich keine gekauft habe. Äh. Gerade so übereilt. Nicht? Okay. Die innenbelüftete Bremsscheibe. So. Das Ding drauf. Den Sattel drauf. Den wir auch schön gesandstrahlt haben. Damit da doch alles wieder geil aussieht. Radnamenlager habe ich schon gekauft. Dann kann ich ja eigentlich, äh. Hier noch Spurstange. Äh. Spurstange Kopf dran machen. Habe ich noch nicht. Und die Koppelstange vorne. So. Eigentlich muss ich jetzt aber erstmal als nächstes das Getriebe anbauen. Und dafür brauche ich erstmal das Schwungrad. Und, äh. Kupplung gebe ich schon mal ein. Da hatte ich ja gesagt. Da gucke ich jetzt, ne. So. Die Kupplungsscheibe ist kaputt. Ne. Die Druckplatte wollte ich noch nicht kaufen. Die Scheibe und das Lager kaufe ich erstmal. Die Druckplatte auch. Also ich glaube, die habe ich noch nie repariert. Kann das sein? Ich muss da mal drauf achten, ob man die überhaupt reparieren kann. So. Das hier machen wir mal das Rad alles. Ne. Kupplungsdrucklager dran. Dann Getriebe hat er diesmal gerettet. Nicht wieder kaputt gemacht, ne. Ganzes Getriebe runtergefallen. Und dann aus Versehen nochmal mit dem Vorschlaghammer reingehauen. Also das war die Schilderung von dem Kollegen hier. Und das geht natürlich überhaupt nicht, ne. Vordere Achsschenkel. Ah, der war das doch hier, ne. Ja, sehr gut. Vordere Radnabe. Schön mit drei Schräubchen dran. Bada bang. So. Die innen belüftete Bremsscheibe, die ich schon gekauft habe. Das Radnabenlager, die ich schon gekauft habe. Die, die, äh, die, hier die, äh, der Achsschenkel, der noch gut ist, ne. Warte, ist das jetzt für einer? Okay, 100%. Der sah gerade hier so komisch schillernd aus. Da wollte ich jetzt natürlich sicher gehen, ne. Unterer Querlenker. Da ist einer von kaputt gegangen. So. Vordere Feder muss hier rein. Der Stoßdämpfer folgt natürlich auf dem Fuße. So. Die Koppelstange muss hier dran. So. Das vordere Domlager muss hier dran. Und dann kann ich eigentlich... Was fehlt denn hier jetzt noch? Dass ich hier alles dran bauen kann. Und das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Ach klar, lol. Die Spruchstange und der Spruchstangenkopf, ne. Das wäre natürlich schon von Vorteil, wenn man den hätte. Gut. Das haben wir doch gleich hier dran. So. Okay. Die Lagerbuchsen hatte ich ja schon gekauft. Naja. So. Bauen wir die doch mal direkt ein. Den Mittelstahl in dem Fall hat die auch schon gekauft. Hangeln wir uns mal hier rüber. Das ist der blaue Ölfilter. Den habe ich noch nicht. So. Dalle. Na. Blauer Ölfilter. Und dann können wir doch auf der Seite hier weitermachen. Nicht? So. Den Achsschenkel dran gekloppelt. Na komm. Die Felge drauf. Und zwei hat er kaputt gemacht von den Felgen. Oder hatte ich... Nee, ich war hinten schon fertig, ne. Oder? Nee, hinten habe ich noch gar nichts aufgebaut. Okay. Ähm. Ich komme manchmal ein bisschen durcheinander mit den ganzen verschiedenen Autos, die ich so nacheinander mache. Deshalb. Nee, seid mir nicht böse, wenn ich ein bisschen verwirrt bin. So. Ähm. Was haben wir denn jetzt noch hier vorne? Eigentlich erstmal ein Kappes mehr, ne. Ja. Gehe ich doch nach hier hinten. So. In den Zusammenbaumodus. Dann baue ich die hintere Rattenhabe ein, wo auch noch eine fehlt, die ich natürlich sofort hier auf diesem wunderschönen Tablet erstehen kann, ne. Und das heißt nicht ran, sondern ratten. Ja. So. Hintere Rattenhabe. Hintere Axträger. Der ist schon mal heile geblieben. Das ist geil. Lagerbuchse hatte ich schon gekauft. Stoßdämpfer auch. Hier kann dann eine Querlenker drauf. Zack. Bremsscheibe. Ich habe ja noch nicht mal ansatzweise getroffen. Die Bremsscheibe eigentlich gerade meinte ich irgendwie komisch, dass er die einfach eingebaut hat. So. Die Bremsbelege. Der Sattel drauf. Da haben wir es doch. Bam. Hinterrager-Querlenker. Bam. Anderer Hinterrager-Querlenker. Bam. Da haben wir noch dran. Stabilisator. Lagerbuchse. Und dann sind wir doch gleich auf der Seite hier schon fast fertig, ne. Muss nur noch hier die kleine Koppelstange rein. So. Die Lagerbuchse rein. Da hinten die noch. Da sind wir doch gleich schon mal hier durch. So. Was fehlt denn hier noch? Hier fehlt noch die scheiß Radnabenabdeckung, ne. Oh ne. Was ist das? Felge klassisch 3. Jetzt muss ich echt zwei Stück holen. Felge klassisch... äh... 3. So. Das hier drauf. Machen wir. Sieht doch gut aus. Bull, oder? Findet ihr nicht? Ich finde, das ist gut. So. Äh... Wieso hab ich denn hier nix? Das ist doch komisch. Warum man mir das nicht anzeigt gerade? Ähm... Abgasanlage. Auspuffrohr. Ist doch das hier, ne. Ja. Treibstofftank brauche ich natürlich neu. Moi. So. Okay. Endschalldämpfer R4. Den brauchte ich. Den wollte ich eigentlich gerade kaufen. Hier so einen fetten, ne. So. Bam. Äh... Dann kann ich eigentlich auf der Seite hier direkt, ne. Weitermachen. Also. Es ist... Ich rase ja hier durch, durch diesen Royale Crown. Also. Das ist schon, also... Bewundernswert. Da muss ich mir mal echt selber auf die virtuelle Schulter klopfen hier, ne. Also. Wie schnell und zackig ich das gelernt habe. Das hier in einer Routine zu machen, ne. Das hat ich hier richtig Asche verdient. So. Die Bremsbeläge. Bremssattel. So. Delay. So. Rottenarbe. Felgeklasse Straub. Fünf Schraubchen angezogen. Und, äh... Dann fehlt hier noch ein bisschen was, ne. Klar. Die Federung fehlt natürlich noch hier hinten. So. Der Querlenker fehlt noch. So. Der andere Querlenker fehlt noch. Unterer Querlenker B müsste das sein. Hinterer Querlenker B. So. Ja. Hinterer, unterer ist doch irgendwie doch das Gleiche, ne. Okay. Hier muss noch eine Lagerbuchse rein. Auch die habe ich zum Glück noch aufs Dock. Und dann kann ja eigentlich hier das Ding in drauf. Oh. Eine Federhaube muss ich neu kaufen. Hat er diesmal nicht geschafft. Die hat er eigentlich echt, äh... verlässlich in den letzten paar Malen immer hingekriegt. Komisch. Also... Er hat einen Hänger gerade. Na. Och Mann. Ich will auch jetzt hier an diese doofe Lagerbuchse da hinten ran. Dankeschön. So. Dann, äh... Werde ich doch jetzt erstmal... ...dat Auto wieder runterlassen. Bisschen im Motorraum alles zusammenbasteln hier, ja. So. Dann kann ich ja jetzt eigentlich... Hier. Anlasser dran, ne. Der ist ja jod. Wo ich den gerade so sehe, ne. Äh... Da brauchen wir mal vier Kolben. Kolben. So. Vier Stück. Kommt natürlich auch direkt rein. Er kriegt ja wirklich so ein flatschneues Auto, wenn den jetzt einer kauft, ey. So. Ach. Der Zylinderkopf ist mir auch kaputt. Boah. An dem Auto ist aber auch alles Teure kaputt gegangen, ne. Zillen. Zylinderkopf. R4. Boah. Ich will... Ich hab lieber nicht geguckt, was der kostet. Will ich gar nicht wissen, weil ich da wieder geschrottet hab, ey. Also, das Auto hat mich jetzt schon mehr gekostet als alle anderen irgendwie. Nein, ähm... So. Kerzen hab ich. Hatte ich die Nockenwelle auch schon gekauft? Ne. Nockenwelle. Ne ganz normale. Ähm... Nockenwelle. Da haben wir sie doch. Zack dran. Die Nockenwelle und Zahnräder hatte ich aber schon gekauft, ne. Ja. Die Schmeine. Ich meinte mich, das zu entsinnen. Servolenkungspumpe auch kaputt. Richtig schön. Ja. Auch nochmal teuer. Ja. 115. Okay. Das geht ja noch. So. Ich hab jetzt irgendwie mit 400 gerechnet oder so. Den Zahnriemen hatte ich auch schon gekauft. Steuergehäuse hat er zum Glück ganz gelassen. Ja. Der besoffene Monteur hier. Mann, 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 ey. Okay. Aber die Kurbelwellenriemenscheibe, die brauche ich auch neu. Kurbelwellenriemenscheibe F4 muss es ja sein. Ist ja ein F4-Motor, an dem ich hier gerade arbeite. Boah, Wasserpumpe auch kaputt. Ist ja wirklich voll viel kaputt gegangen. Also so in echt wäre er ziemlich übel gewesen, wenn ich das alles kaputt gemacht hätte dabei. Vor allem, wenn die noch einigermaßen gut waren. Ähm, Tragrolle. Äh, A. Die brauche ich. Zack, dran. Dann brauche ich den Keilrippenriemen B. Und wahrscheinlich den Keilrippenriemen, äh, A. So, kaufen wir den nochmal. Und Keilrippenriemen B. Den hier dran. Hier kommt sowieso der hin. Nee, nicht den kaputten Riemenspanner einbauen, Teddybär. Riemenspanner. So. Bam. Okay, das haben wir dran. Dann kann ich mich ja jetzt dem Ventildeckel widmen, der zum Glück auch ganz ist. Weil der wäre bestimmt wieder nicht so günstig gewesen. Ja, so wie die meisten Autoteile mittlerweile. Genauso wie der Abgas-Krümme, ey. So, das haben wir doch gleich hier schön alles zusammengeputzt, nicht? Jetzt muss eigentlich nur der Turbo kaputt sein. Dann haben wir echt alles Teure kaputt gehabt fast an dem Auto. Ach, gut. Weil der kostet mal so locker bestimmt 700 bis 1000 Euro in echt, wenn der kaputt ist. Okay. Okay, das haben wir doch alles fertig. Ja, wie gesagt, Zündspulen hat er. Ne, hatte ich ja gesagt vorhin. Oder in der letzten Folge, ich weiß nicht ganz genau, hatte die direkt gekauft. Der Kraftstoffverteiler kann dran. Den Ansaugstutzen muss ich aber neu machen. Ansaug. Boah. R4DI oder? Ja. Oder MI. Zack. Den machen wir auch eben fest hier. Mit seinen berühmten Schräubchen. Ne, den vielen. In echt sind da noch viel mehr. Und man kommt da wesentlich beschissener dran. Ja. Also das darf man sich auf keinen Fall so einfach vorstellen. Okay. Was haben wir noch? Benzinpumpe fehlt und Ölwanne. Die habe ich hinten vergessen einzubauen. Aber kann ich ja jetzt beides gut miteinander verbinden, wenn ich das Auto eh nochmal hochlassen muss wegen einem von den beiden. Ne, dann kann ich das ja jetzt hier schon mal dran basteln. So. Das haben wir dran. Stimmt. Den Tank, den hatte ich vorhin in aller Hektik hier von unten dran geschwubbelt. Und dann kann ich die doch hier einsetzen. Guck mal. Und die war Taco. Ne. Guck mal. Jetzt ist der 55.000 wert. Ich glaube ich habe 22 oder so bezahlt. Ne. Ist doch schon mal recht nice. Dann kann ich den jetzt mal ins Farbgeschäft bringen. So. Und den in was für einer Spezialfarbe lackiere ich den immer. Mal ein bisschen heller. Mal gucken, was das hier so gibt. Vielleicht in so ein ganz dunkles Blau. Machen wir mal so. Ja. Ich will den lackieren. Ja. Das will ich. So. Ist ja schon so ein bisschen Königsblau. Ne. Also alle Schalker, die letztens das Derby verloren haben. Die können sich ja den hier holen. Ist vielleicht ein kleines Trostpflaster. Ja. 55.000. Ich verkaufe den Hobel jetzt. Ach ja. Natürlich wie immer ohne Öl. Damit die Kunden auch schnell wiederkommen. Weil sie reparieren lassen müssen. Weil alles kaputt ist. Ah. Immer das Scheißöl. Gut, dass ich in echt kein Mechaniker dann doch nicht mehr geworden bin. Gut. So. Auto verkaufen. Ich will ihn verkaufen. Ne. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein Leute. Ciao.